Das war die Spielvereinigung Beckung in meiner Heimatstadt Beckung, ein schöner Traditionsverein in Münsterland, damals noch Oberliga, leider durch einige Insolvenzen heute ein bisschen tiefer angesiedelt. Ich glaube, dass ich schon immer gesagt habe, ich möchte gerne Fußballer werden. Also es gibt Zitate aus der ersten Klasse, wo ich es auf jeden Fall gesagt habe, was ich davor werden wollte, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist ein bisschen peinlich, das waren, glaube ich, die Out-Here-Bwasas hießen die. Das ist eine Musikrichtung, die ich heute nicht mehr hören würde, aber die hat ein Video wo ein bisschen Basketball gespielt wurde, das fand ich toll. Das erste Spiel im Fußball habe ich im Tor bestritten, allerdings haben wir 12-0 gewonnen und ich habe keinen einzigen Ball drauf gekriegt und das zweite Spiel habe ich dann schon im Mittelfeld gespielt. Das war, glaube ich, Frank Reikert, darf ich gar nicht so sagen, oder? Ich habe es aber allerdings, damals habe ich ihn noch Franz Reikert genannt, vielleicht ist das dann ein bisschen deutscher Einschlag. Ich meine, ich war da drei, vier Jahre und wollte immer Franz Reikert sein. Ich kann mich nicht genau erinnern, was ich Fußballerisch jetzt so toll an ihm fand. Irgendwie fand ich ihn gut. Der erste Urlaub mit meiner Familie, an den ich wirklich erinnern kann, war 1990 in Italien bei der WM. Da habe ich immer versucht, die Spiele noch mitzukriegen, aber bin meistens dabei eingeschlafen. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Da habe ich auch angefangen, begeistert Fußball zu spielen und habe meinen großen Bruder und meinen Vater damit ein bisschen genervt. Und der erste Urlaub alleine war mit ein paar Freunden in Holland. Und das war wirklich damals eine schöne Sache mit 15, glaube ich. Ein bisschen Freiheit genießen, das war sehr schön. Der erste, an den ich mich erinnern kann, war Space Jam damals. Ich habe es ja schon gesagt, Basketball und Basketballvideos haben mich immer interessiert. Da war ich begeistert. Es ist immer noch ein ganz witziger Film und es spielt Michael Jordan mit und Bugs Bunny. Das sind schon mal zwei Qualitätsmerkmale. Ob man aus heutiger Sicht noch ins Kino gehen würde, weiß ich jetzt nicht. Das war mit LDR Ahlen damals in der zweiten Liga gegen Unterhaching. Das war auch ein wichtiges Tor, kurz vor Schluss zum 1-0. So hatten wir noch ein bisschen Chancen auf den Klassenerhalt, haben es aber am Ende nicht geschafft. Mein erstes Auto war ein VW Golf, ganz unspektabelär. Den habe ich günstig von meinen Eltern auch gekauft und bin auch, glaube ich, zwei Jahre gefahren. War immer zuverlässig, aber nicht mehr und nicht weniger. Mein erster Stadionbesuch war auf jeden Fall im Westfalenstadion in Dortmund. Da war ich früher auch oft und gerne als Dortmund-Fan. Wann er genau war, kann ich nicht sagen, aber es war relativ früh mit meinem Vater. Natürlich Michael Zorc, damals Kapitän. Knut Reinhardt, Günter Gutowski, die Generation. Mein erstes Konzert, das war spät. Das war irgendwann Grönemeyer, die Mensch-Tour. Ich bin auch kein großer Konzertgänger. Deswegen war das relativ spät. Es war auf dem Konzert und das wird keiner glauben. Das war aber in Aalen im Stadion. Der ist ein schönes Konzert.